Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wolfenstein 2. Gut, wir haben den Atomsprengkopf mittlerweile und wir sollen jetzt nochmal mit Grace reden. Mit dir nicht. Ach, der Hackerraum, da war ich ja auch noch nicht. Cool. Echt nettes Boot, Mann. Hey. Ach, oder die haben sich wahrscheinlich da jetzt gerade erst eingerichtet. Kann das sein. Scheiße. Was ist los, Hattie? Diese Strahlennarben auf meinem Bauch. Die jucken in letzter Zeit wie die Hölle. Es ist so schwer, mich nicht zu kratzen. Die haben doch diesen Wissenschaftler, Seth, glaube ich. Vielleicht hat er ja irgendeine Salbe oder sowas. Ich weiß nicht, Lainey. Ich will ihn nicht mit meinem Juckreit stören. Und diese scheiß Affenkatze oder was auch immer das ist, ist verdammt gruselig. Und du dachtest, dass mit Superspash in New York wäre abgedreht gewesen. Erinnerst du dich an die Geschichte, wie er und sein Vater in der Wüste nach Außerirdischen gesucht haben, fast verdurstet sind und wegen der ganzen Blasen ins Krankenhaus mussten? War schwer, nicht loszulachen. Mir fehlt New York manchmal. Das war zwar eine radioaktive Hölle voller Regimeschweine, aber es war unser Zuhause. Wenigstens ist es hier sicherer. Jeder Tag, den wir überleben, ist ein Sieg. Verstehst du? Hm. Na klar. Na klar. Na klar. Sieht ja bei euch wieder sehr nach Fallout New Vega, beziehungsweise nach Fallout aus. Ah, guck mal. Hier haben wir noch eine Karte. Schon die andere habe ich gar nicht gesehen. Das wäre Yvonne Jessman. Ähm. Gut, gut. Da ist noch was zu lesen. Das wollte ich mir mal anschauen. Albert's Brief, Lainey. Sie spielen in der Bar gerade unser Lied. Du weißt schon, das bei dem sich dir der Kopf gedreht hat. Und das, bei dem du dich so federleicht gefühlt hast. Es ist schon spät. Ich kann den Regen hören, wie er leise gegen das Fenster prasselt. Ich wünsche, du würdest zu mir kommen, Liebling. Zurück zum Leben in den Nachtclubs, in die deine wunderschöne Stimme gehört. Ich weiß, dass du eine Entscheidung getroffen hast. Aber ich muss dir etwas mitteilen. Mein Herz tut weh. Es vergeht nicht ein Tag, an dem ich nicht an dich denke, nicht von dir träume. Ich versuche Lieder zu schreiben, die aber alle als zusammengeknülltes Papier im Mülleimer landen. Anscheinend hast du meine Stimme mitgenommen, als du gegangen bist. Ich respektiere deine Entscheidung und ich weiß, dass viel für die Afroamerikaner getan werden muss. Und du hast recht. Irgendjemand muss es tun. Ich weiß, dass du recht hast. Aber musst ausgerechnet du es tun? Du fehlst mir. Mir fehlt, wie deine Haut im Mondschein geglänzt hat, als du auf den zerknitterten Laken in unserem Bett lagst. Mir fehlt, wie du versucht hast, nichts schon vorher loszuprusten, wenn du mir einen deiner Witze erzählt hast. Mir fehlen deine genialen Anmerkungen zur Auspolitik der Regierung, wenn du beim Frühstück die Zeitung durchgeblättert hast. Dies alles und noch vieles mehr fehlt mir. Wenn du mir zuliebe nicht mit den Kämpfen aufhörst, Liebling, dann sag Bescheid, wenn der Kampf vorbei ist. Und dann komm zurück zu mir. Ich werde auf dich warten. Mein Körper und meine Seele sind für immer dein. In ewiger Liebe, Albert. Noch eine Karte? Relativ viele Star-Karten, die hier rum fliegen. Nick Doors. Ja. Nick Rivers. Top Secret. Ja gut, das war ja, warte mal, Kontrollraum war ja da hinten, glaube ich, irgendwo. Ist wieder irgendwie komplett verpeilt. Da war das Laboratorium. Hier, genau. William? Was? Ich hab das Gefühl, du gehst mir aus dem Weg. Was ist los? Sag doch was. Schau mich an, Anja. Den verdammten Blechmann. Wie soll ich dir da nahe sein? Ist egal. Wir finden eine Lösung, so wie immer. Hey, warum versuchst du es nicht wenigstens? Weil ich verdammt nochmal sterbe. Und je länger wir so tun, als ob alles okay wäre, desto schwerer wird es. In einer Woche liege ich unter der Erde. Das weißt du nicht. Kannst du jetzt in die Zukunft sehen? Tu nicht so, als wüsstest du Dinge, die du bestimmt nicht weißt. Nun, die Toilette geht. Speschi, bist du immer noch hier? Schwing deinen Hintern zurück zur Bodenkontrolle und regle den Scheiß dort. Der Hass-2-Hubschrauber fährt gerade im Hangar hoch und er bringt dich bis Galvesten. Aber danach musst du improvisieren, Mann. Abgefahren, Boss. Blaiskiewicz, gehen Sie zum Hangar und sorgen Sie dafür, dass Hass 1 bereit ist, klar? Nicht für dich da zu sein, die Kinder nicht groß zu ziehen. Das ertrage ich nicht. Dann gib nicht auf, William. Ich werde dich nämlich niemals, niemals aufgeben. Egal, was passiert. Komm mit zu den Duschen. Wir ziehen dir dieses Ding aus. Ich wasch dich. Du stinkst. Wenn ich es ausziehe, fahre ich bestimmt auseinander. Und nichts passt mit zusammen. Ich muss weitermachen. Solange ich kann. Ach, Carolina. Ich hab's versaut. Ich hab's ihr gesagt. Und gemerkt, dass ich nur mich selber schützen wollte. Nicht sie. Ah, Killingboard. Irene Engel, Rang General, 56, Dienstjahre 29, okay. Besondere, ne, bedeutende Leistung. Ehemalige Anführerin der Nachwuchstruppe in Berlin. Ehemalige Anführung der Nachwuchstruppen Germaniens. leistete von 1948 bis 1960 als Lagerkommandantin das Lager Seelow. Hat im Februar 1960 die Wiesnauer Terrorzelle in Berlin gefasst. Hm. Hallo, Captain. Hey. Na, es ist da, Bins. Donner Lädchen. Wir sind schon ein komischer Haufen, was? Irgendwie schon. Ich glaub, die Hackerzentrale war vorher zu, wenn ich das richtig sehe. Irgendwas Interessantes? Wasser. Na gut. Haben wir da noch ein Tagebuch von Siegrund. Oh, wie schön. Liebes Tagebuch, ich habe die ganze Nacht geweint. Mutter hat mich heute furchtbar beschämt und das alles zwei Tage vor meinem 15. Geburtstag. Es gab eine Zeremonie für die Bewegung. Ich stand in einer Reihe mit den anderen Mädels. Mutter stand neben mir wie alle anderen Mütter auch. Hört sich jetzt vielleicht albern an, Liebes Tagebuch, aber ich habe keine Ahnung, dass ein Prominenter die Zeremonie besuchen würde. Und dann sah ich, wie dieser kleine Mann, dieser ziemlich kleine, bucklige Mann am Ende der Reihe den Mädchen der Bewegung die Hand schüttelte und sich auf mich und meine Mutter zu bewegte. Mutter sah mich an und flüsterte, Siegrund, zieh die Wangen ein. So. Dann machte sie ein dummes Gesicht und zog ihre Wangen ein. Liebes Tagebuch, dabei sah sie furchtbar dämlich aus. Ich sagte, warum denn, Mutter? Weil du fettleibig bist. Zieh sie ein. Ich weiß, wie sie ist, wenn ich ihr nicht gehorche. Sie beschimpft mich. Sie gibt Kommentare an mein Gewicht ab, mit dem ich wirklich jeden Tag kämpfe. Also habe ich mich ganz doll angeschränkt, das zu tun, was sie mir gesagt hat. Aber ich glaube, es hat nicht besonders gut funktioniert. Naja, der kleine Mann, der die Hände geschüttelt hat, blieb vor mir stehen und schaute mich an. Als ich meinen Kopf hob und in seine zusammengekniffenen, seltsamen Augen blickte, erkannte ich, dass der Kanzler höchstpersönlich vor mir stand. Erst war ich derart beschämt, dass ich ihn wie eine Idiotin angeschaut habe. Dann spürte ich, wie mir meine Mutter ziemlich hart gegen mein Bein trat. Also rief ich so laut, wie du kannte, mein Kanzler. Er lächelte mich komisch an und grüßte beiläufig zurück. Das entspannte mich ein wenig. Dann sagt er, du bist aber ganz schön gut gepolstert. Ich war kurz davor, in Tränen auszubrechen. Dann ging er zu meiner Mutter, die aussah, als ob sie gleich einer Gans in den Hals umdrehen würde. Diesen Blick habe ich schon viele, viele Male gesehen. Mein Kanzler grüßte auch meine Mutter. Und der Kanzler sagte, sie haben eine hübsche Tochter, Oberstleutnant Engel. Aber denken Sie daran, ein ungesünder Körper ist ein Zeichen für einen schwachen Geist. Ich schlage vor, sie in eine Abnehmklinik zu schicken, bevor ihre Gesundheit noch weiter darunter leidet. Oder irgendwas in der Art. Mutter antwortete, ja mein Kanzler, das ist nur so eine Phase bei den jungen Mädels. Jaja, sagte er, verlor sofort das Interesse an mir und meiner Mutter und ging die Reihe der Mädchen wieder ab. Mutter schaute mich an. Ich versuchte, meine Wangen einzuziehen, fing nun aber leise an zu weinen. Also gab sie mir eine Ohrfeige. Eine kurze, harte Ohrfeige quer über das Gesicht. Das Blut lief mir aus der Nase. Naja, das war mein Tag. Ich werde wohl noch ein wenig Musik hören, bevor ich schlafen gehe. Am Ende des Tagesbucheintrags hat Sigurd eine große Anzahl von herzen und weinenden Augen gemalt. Lohnt es hier doch hier nochmal alles abzugehen? Stimmt, hier hat er ja mit Bombarde gesessen. Geht es hier vielleicht zum Hangar? Ich glaube, das war ja vorher auch mehr oder weniger zu. Ah ja, Hangar. So, dann gucken wir mal. Ich weiß, das ist irrational, Huey. Aber ich kann nicht anders. Dieses Gefühl zu ersticken, als ob sich der Staub in meinem Hals zusammenklumpt. Die Hitze der ersten Welle, die Schreie, die verdammten Schreie, Mann! Hey, komm schon. Atme. Versuch zu atmen. Alles okay, Schwester? Geht schon. Geht schon. Ich muss mich einfach dran gewöhnen. Dann bringen wir den Vogel mal zum Pflegen, wie Grace es wollte. Konzentrier dich auf die Aufgabe. Noch was? Nö. Ähm. Da unten vielleicht runter? Einfach nicht. Ein Mister. Ah ja, Boldo. Mal wieder. Äh, da. Ich brauche wohl mehr Diesel. Hm. Dort wahrscheinlich. Gut. Läuft in die Nähe noch hin und her rennen. Mal gespannt. Look. Einmal wahrscheinlich. Zweimal noch. Oder unten ist noch was? Noch Concept Art. Hätte ich ja fast übersehen. Hm. Hübsch. Ja, wieder unglaublich viel Sammelzeug. Aber wir haben jetzt erstmal hier einen Vogel zu betanken. Noch reicht sogar schon. Hubschrauber geht's gut. Sollte ich Grace festen lassen. Na. Ist hier eigentlich sonst noch irgendwas? Ich glaube, hier waren wir ja auch noch nicht bisher. Ah, das sind die anderen Hubschrauber. Und warten darauf. Dass es losgeht. Hm? Boldo hat von New York gehört. Sehr schlimmer Ort. Hm. Ist es, ja. Ja, ja. Wie warst du in New York? Ja, schön. Freut mich, Bruder. Hm? Na gut, dann sagen wir halt erstmal Bescheid. Der Hauptdarsteller. Achso, ich. Ja. Hallo. Äh, das. Na? Ich glaube, dich müssen wir mal kurz wecken, ne? Fertig. Helikopter ist startklar. Danke, Mann. Zeit für eine kleine Versammlung. Durchqueren Sie die Tore, um die 31 Straßen des Wissens zu beschreiten. Aber, aber in Bezug worauf? Hey, kleiner Stern, Mann. Bist du kitzelig, Kumpel? Max! Grundgütiger Max! Hast du mich erschreckt? Guck, ich lese hier gerade schwere Kost. Und ein kleiner Spielzeugroboter passt nicht so ganz zu dieser Seelenreise, Mann. Okay? Max, Hals. Max, ist schon okay, Kumpel. Das ist alles viel zu kompliziert für dich. Spiel doch mit deinem Schwein, Max. Ich versuche, den Bezug zu diesen Toren zu finden und... Du würdest das nicht verstehen. Max, Hals. Max, das ist wirklich hohe philosophische Literatur, okay? Du kannst nicht einfach anfangen... Max, das ist es! Wie hast du... Ach, sie in der Zentrale, White. Okay, Leute. Jetzt wird's richtig heiß. Das Boot hat Atomraketen und ich hab ein Ziel. Ein verdammt gutes sogar. Uh, alles klar, Boss. Ja, so macht man das. Coole Sache. Gefällt mir. Also hier. Spessy ist zurück in seine Heimatstadt Roswell in New Mexico, um alles vorzubereiten. Nun, durch Spessys Versteck gelangt man in einen Tunnel, der direkt in die strenggeheime unterirdische Basis führt. Und dort experimentiert das Regime mit irgendwelcher außerirdischen Technologie. Roswell? New Mexico, sagten Sie? Das ist eine von uns. Was heißt das, eine von uns? Ja, das wüssten Sie gerne, hm? Und dann schicken Sie Ihren Kumpels in Berlin verschlüsselte Nachrichten. Nein! Was zum Teufel macht die überhaupt hier? Grace, sie gehört zu den Guten. Hört verdammt nochmal zum Regime. Was haben Sie gesagt? Hm? Hm. Diese Geheimbasis, von der Sie erzählt haben. Sie wurde gebaut von den Daatje Chut. Einer unserer größten Unterschlüpfe. Ja, hier in der Nähe dessen, was jetzt Roswell, New Mexico heißt. Aber es gibt sie seit tausend Jahren, lange bevor Amerika von Europäern unterjocht wurde. An diesem Ort befand sich Antigravitationstechnologie, die das Blatt im Krieg problemlos hätte wenden können. Wir gewährten der US-Regierung Zugang, aber leider war es schon zu spät. Amerika fiel. Das Regime bekam den Unterschlupf in die Hände. Ach, herrje. Scheiße. Das wird Spashy nicht gefallen. Er dachte, es wäre ein Außerirdische. Hat 47 Mal ein Schiff dort abstürzen sehen. Also was haben Sie damit vor? Schon mal vom Generalstab gehört? Na klar! Da hängen die für die Kriegsmaschinerie verantwortlichen hohen Tiere ab. Das Regime hat ihn in ihren Unterschlupf verlegt, Zed. Was da auch ist, ist verdammt wichtig. Denn die obersten Ränge der Führungsriege haben Berlin verlassen. Und sich in New Mexico angesiedelt. Und deshalb brauchen Sie das hier. Was in aller Welt ist das? Das ist eine tragbare Atombombe. Wir schalten den Generalstab aus, legen die Führungsriege lahm und destabilisieren das ganze gottverdammte Land. Dann wissen alle, dass wieder gekämpft wird. Blazkowitsch, bereit machen. Ich schicke Sie nach Roswell. Hiermit. Roswell ist außerhalb unserer Reichweite. Wir setzen Sie also an der Küste nahe Galveston ab. Von dort fahren Sie nach Roswell. Treffen Sie sich mit Super Spash in Papa Joes All-American Diner. Und platzieren die Atombombe inmitten des Generalstabs. Dann jagen Sie den ganzen Scheiß in die Luft. Okay, Glaskowitsch, suchen Sie nach Papa Joes All-American Diner. Dort treffen Sie Super Spash. Bleiben Sie in Ihrer Rolle. Das sieht ja cool aus hier. Also schön farbenfroh mal ausnahmsweise. Da hinten ist Kuglux-Clan, die ist nicht so cool. Aber die ist auch nicht so farbenfroh. Also gar nicht farbenfroh. So schwarz mögen die überhaupt nicht. Aber gut, das soll es jetzt wirklich mal für die Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao.